UNTERTITELUNG Das erste Raumschiff mit diesem Antrieb bekommt Bringen Sie uns raus, Mr. Mayweather Die Fans haben lange darauf gewartet Und schön ruhig halten Paramount Home Entertainment bringt zum ersten Mal Star Trek Enterprise die komplette Season 1 in exzellenter Blu-Ray High Definition Qualität Ich glaube wir haben gefunden, was wir suchen Brücke, wir haben einen Schaden hier unten, was ist los? Ich werde etwas ärger mit ein paar bösen Jungs Dieses Set mit sechs Blu-Rays beinhaltet alle 25 Episoden der ersten Staffel mit fünfmal höherer Auflösung als DVDs Also das hört sich gut an Mit vielen Stunden Bonus-Material, das nur auf diesem Blu-Ray-Set erhältlich ist inklusive einer mehrteiligen Dokumentation Sie waren sehr nervös über den Prequels zu machen Es wird einfach nicht sinnvoller, um weiter zu gehen Wir brauchten etwas, das uns kreativend energisiert und wir hatten wirklich, dass wir es haben Als er sagte, es war 100 Jahre bevor Kirk und Spock, war ich in Mit einem exklusiven Gespräch der beiden Macher der Serie Rick Berman und Brennan Braga Eine von den Dingen, die ich sehr stolz bin, ist das Casting Ich denke, dass wir ein Gruppe von wundervoller Aktele Zusätzlich gibt es einen bisher unveröffentlichten Blick hinter die Kulissen Der Stück für Stück erklärt, wie viel Arbeit in einer Star Trek Episode steckt Das liegt nur am schlechten Wetter Star Trek Enterprise Die komplette erste Staffel in brillanter High-Definition-Qualität Jetzt auf Blu-Ray Erwarte Starterlaubnis Los geht's Los geht's Der Stück Der Stück